Wovon soll ich mir ne Miete bezahlen? Wenn ich bald keine Bude mehr habe, muss ich hausieren wie ne Küchenschabe. Ich klage, ich klage, ich klage. Da sitzen schon die Roten im Senat. Und ich hab die selber gewählt. Und jetzt kriegt ihr an den Spagat. Ich klage, ich klage, ich klage. Wir werden an den Stadtrand verdrängt. An die Spree kommen wir auch nicht mehr ran. Meine Stadt wird an Firmen verschenkt. Am 2. Mai, bereits zum 10. Mal in Folge, feiern wir heute am internationalen Kampf- und Feiertag der Arbeitslosen. Wir kämpfen gegen den Zwang zur Lohnarbeit. Wir demonstrieren auf der Straße gegen die Diskriminierung Arbeitsloser für mehr Arbeitslosigkeit, für mehr Roboter, für weniger Arbeit und für Arbeit ohne den Zwang dazu. Wir werden bei Rocker, in der schlichten Zacka. Ich bleibe Rocker und ihr bleibt mal locker. Ich bleibe Rocker und ihr bleibtaten. Ich bleibe Rocker und ihr bleibt dann LAUGHTER Ich werde noch Tops gehen Ich werde wollen, scheiß Tops nicht, Tops nicht Ich hab's nicht, ich pack's nicht Ich werde noch Tops nicht, Tops nicht Ich werde noch Tops nicht, scheiß Tops nicht Wenn ich's bist, der Idiot, ist bestimmt nicht weit Wenn ich's bist, der Idiot, das Arme schwein Den sollt ihr euch nehmen, ihn richtig ausnehmen Ja, den sollt ihr nehmen Und ihr sollt euch verschämen Ich werde noch Tops nicht Ich werde noch Tops nicht Aber es wird sich nur Tops nicht Tops nicht Ich werde noch Tops nicht Ich möchte einen Gruß an euch richten Von den Menschen, die scheinbar arbeiten Ich halte es für völligen Unsinn Wir dürfen uns auf die Definition von Arbeit nicht einlassen Arbeit wird definiert von Leuten, die Geld haben Und damit die Leute, die dann weniger Geld haben Diese Arbeit machen müssen Was soll dieser Quatsch? Warum muss man sich arbeitslos melden, wenn man nicht angestellt ist? Aber wenn man zum Beispiel Immobilien verkauft Warum muss man sich da nicht arbeitslos melden? Das ist auch eine sinnlose Beschäftigung Muss man sich arbeitslos melden, wenn man zum Arbeitsamt geht Aber nicht arbeitslos melden, wenn man hinterm Schreibtisch sitzt beim Arbeitsamt Das ist sinnlos Meine Freundin Silvia war beim Arbeitsamt Und ihr Berater hat sie gesagt Ich habe den Eindruck, sie wollte gar nicht arbeiten Und sie hat gesagt Und den Eindruck habe ich von ihnen auch Und sie hat gesagt Lass euch nicht mit diesen Definitionen fangen Ich sage, kein Mensch ist arbeitslos Wir haben Zeit 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 Geisel der Menschheit Verflucht seist du bis ans Ende aller Tage Du, die du uns elend bringst und lobt Du, die du uns elend bringst und lobt Uns zu kruppeln machst und zu Idioten Uns zu kruppeln machst und zu Idioten Uns schlechte Laune schaffst und Hundeszwietracht säst Uns schlechte Laune schaffst und Hundeszwietracht säst Uns den Tag raubst und die Nacht Uns den Tag raubst und die Nacht Verflucht seist du Verflucht seist du Verflucht Verflucht Und nochmal verflucht Und nochmal verflucht In Ewigkeit In Ewigkeit Amen Dankeschön Achttaufen Mark Drzeit Achttaufen Achttaufen Da Achttaufen Bar Achttaufen Du auch Achttaufen Achtaufen Achttaufen Tom Mark gut Gelend Ret bride Untertitelung des ZDF für funk, 2017